Während der Woche ist Kochen oft stressig und zeitintensiv. Mit den richtigen Schnitttechniken für unterschiedliches Gemüse sparen Sie aber deutlich. Bonn am Wochenende gehört für viele ein leckeres und mit wie er liebe gekochtes Essen dazu. Doch im Alltag unter Woche steht meist viel weniger Zeit zur Verfügung für aufwendige Koch. Mit den richtigen Tricks sparen Gartenfreunde aber schon bei den Vorbereitungen eine Menge Zeit wert. Wer zum Beispiel sein Gemüse effizient und richtig schneidet, hat später mehr Zeit zu messen, wie 24 Gartenbeberichtet. Das Schneide in der Zwiebeln ist zum Beispiel ein ungelebter Job. Dabei gelingt es mit dem richtigen Trick laut dem Bundeszentrum für Ernährung sehr schnell. Als erstes zerteilen Gartenfreunde die Zwiebel von oben nach unten in zwei Hälften. Dann legen Sie eine Hälfte mit der Schnittfläche. Wichtig ist, dass Sie den Strunk am oberen Teil der Zwiebel dran lassen. Nun schneiden Sie die eine Zwiebelhälfte links bis zum Sintwürfel gewünscht. Schneiden Gartenfreunde die Zwiebelhälfte nun auch nochmal quer zur ersten Schnittrichtung. Der Strunk hält dabei die Zwiebel beim Schneiden zusammen. 24 Garten.de ist Teil des Ippen Digitalnetz. 25 Garten.de ist Teil des Ippen Digitalnetz. 25 Garten.de ist Teil des Ippen Digitalnetz.